also die Nähmaschine spult nicht und schmiert nur und wirft hinten die Kohle raus aber ich muss hier was fertig nähen und jetzt habe ich mir den Bohrer hier genommen diesen Elektrobohrer und spule damit der läuft sowieso nur noch langsam weil er fast alle ist er muss aufgeladen werden aber so spule ich ist doch doll oder man muss sich nur zu helfen wissen bin ja ein ziemlich praktischer Mensch so der Bohrer ist ziemlich runter mit dem Strom den muss ich mal wieder aufladen stopp jetzt bin ich daneben